Für Studierende, die neben der Hochschule oder der Universität im Unternehmen arbeiten, sind immer auch Änderungen bei der Sozialversicherung ein Thema. Die Prüfung läuft in vielen Firmen noch manuell ab. Ein aufwendiger Prozess. Janik studiert BWL und fängt demnächst an, als Werkstudent zu arbeiten. Daher beschäftigt ihn, wie auch die Personalabteilung seiner neuen Arbeitsstelle die Frage der Sozialversicherung. Um das zu klären, hat Nadine aus der Personalabteilung ihm einen Link zum SBK-Werkstudierenden-Tool geschickt. In wenigen Schritten ist das Online-Formular schnell ausgefüllt. Wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Janik macht Angaben zu Arbeit, Studium und früheren Jobs. Das dauert nur wenige Minuten. Außerdem lädt er seine Immatrikulationsbescheinigung hoch und entscheidet sich dafür, dass das spätere Ergebnis seines Statuschecks direkt an Nadine geschickt wird. Nur noch auf Absenden klicken und die Daten sind unterwegs zur SBK. Innerhalb kürzester Zeit führt die SBK einen Check zu Janiks Sozialversicherungsstatus durch. Wenig später erhalten Nadine und Janik eine E-Mail mit einem Downloadlink zum Ergebnis. Nadine freut sich über den einfachen digitalen Prozess, durch den sie wertvolle Zeit gespart hat. Auch Janik ist froh, schnell und bequem die relevanten Informationen zum neuen Status seiner Sozialversicherung erhalten zu haben. Dank des SBK-Werkstudierenden-Tools.